Was war die Idee hinter dem Plakat? Die Idee dahinter war einfach, wir wollten einfach die Faszination, die von dem Auto ausgeht, sehr einfach und plakativ darstellen. Warum setzen Sie auf das Medium Plakat? Bei der Einführung eines neuen Produktes ist es für Mercedes-Benz wichtig, die Fahrzeuge so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen. Das Medium Plakat ist dafür ideal geeignet. Epa Media ist bei dieser Kampagne für euch ein verlässlicher Partner. Ja, die Epa hat unsere Plakatstrategie umgesetzt. Wir freuen uns ganz besonders, dass es uns geglückt ist, erstmals mit einer Automarke unter die Top 3 zu kommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020